Das ist ein Einhorn-Schwanz-Analplug aus Glas. Es gibt ihn auch noch in blau und in pink. Other Nature, wir sind ein alternativer, queer-feministisch orientierter Sexladen in Kreuzberg. Wir sind grundsätzlich offen für Menschen aller Geschlechterorientierung. Worauf wir achten, ist, dass die Spielzeuge alle gesundheitlich unbedenklich sind. Das heißt, die meisten sind aus Silikon- oder alternativen Materialien. Das ist zum Teil ein bisschen schwierig zu bekommen, weil viele Produkte halt oftmals aus Leder sind. Bei uns sind sie aber alle vegan. Was unsere Auswahl an die VDs angeht, versuchen wir möglichst darauf zu achten, dass übliche sexistische Klischees nicht bedient werden. Die Auswahl ist relativ eingeschränkt. Darum gibt es bei uns auch nicht so viel. Aber dafür kann man davon ausgehen, dass das, was wir hier haben, dann auch anspruchsvolleren Gemütern gerecht wird. Wir haben einen beratungsorientierten Ansatz. Das heißt, wir versuchen nicht, das beste Sextoy der Welt zu verkaufen und allen Menschen anzudrehen, sondern wir wollen möglichst Informationen liefern, damit dann alle von sich aus entscheiden können, was sie brauchen, wollen, ausprobieren möchten oder eben auch nicht brauchen.